Kragenplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komm ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Die Herren, die haben auch Nutschein offenbar. Das hab ich jetzt letzte Woche, die letzten 14 Tage zwei mal gesagt. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder wat? Du musst mal fragen, ob die weiß ich nix von nach Hause fahren, oder wat? Ist doch lächerlich, oder? Ist doch mal zum Kragen dicht, oder? Ey, das ist ja ultra-mega-übel jetzt hier wieder. Junge, jetzt geh ich jetzt langsam hier, hier, hier. Werd ich aber auch ein bisschen Bild hier. Langsam, jetzt reicht's mir langsam! Ronnys Chef geht in Deckung. Wenn Ronny erstmal in Fahrt ist, hält ihm so schnell nichts mehr auf. Haben die Grems doch mal verwacht, wie da lang ist! Junge, 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 Junge! Kragenplätze müssen... Ach, Mensch, hör auf! Paar Nichtskönner! Originale Nichtskönner! Das ist hier eine Baustelle für Vollidioten. Wir sind aus dem Vollidioten, wie die zu Norweger sind. Vollidioten! Deswegen sind die eigentlich echt im Ruf, weil die am Leben vorbeilaufen, diese Spinnerbande! Gar nichts! Zusammenpacken! Ende! Jetzt brauchen wir Feierabend. Wenn die Herren meinen, dass sie ihre Arbeit nicht machen müssen, müssen sie bezahlen. Kann doch nicht mal was nachfragen! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Du musst mal fragen, ob die, weiß ich nicht, sollen nach Hause fahren, oder was? Ist doch lächerlich, oder? Ist doch was zum Kran wiegt, oder? Ey, das ist hier ultra mega übel jetzt hier wieder! Die Leute haben dazu gesagt 5 Tage und sind jetzt 13 Tage. Ja, und was das kostet mit 2 Kräne und 20 Mann warten, das müssen die wahrscheinlich gar nicht dauern. Liegt die jetzt auch schon langsam ein bisschen an den Herzen? Nein, das geht so nicht! Das muss eine glatte Lage gemacht werden! So, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Wir haben auch noch ein paar volle Aufträge, ne? Sollen wir die jetzt in den Pulli schmeißen? Oder sollen wir die Leute sorgenlosen, sie wurden fertig, oder wie geht das jetzt? Ich hab grad die Verantwortung gesagt 20 Leute. Dass 20 Leute Geld verdienen und 20 Leute ihre Familien ernähren. Dass 20 Leute Geld verdienen und 20 Leute ihre Familien ernähren. Unsere Politiker machen sich da keine Sorgen drüber, aber ich mache mir da Sorgen drüber über meine Leute. So, pass mal auf wie das jetzt geht! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Die muss mal fragen, ob die weiß ich nix von nach Hause fahren, oder wat? Ist doch länger länger, oder? Ist nur was zum Kran wiegt, oder? Ey, ist hier ultra mega übel jetzt hier wieder! Ja, Krabplätze! Ja, Krabplätze! Ja, das muss ja nicht sein! Jetzt komm ich hier hoch! Jetzt guck die nicht scheiße an! Die Medien haben auch nur einen Scheiß ausgelaufen! Das hab ich jetzt letzte Morgen, die sind jetzt total mit zwei oder so mal gesagt! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder wat? Du musst mal fragen, ob die weiß ich nix von nach Hause fahren, oder wat? Ist doch länger, 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 oder? Wissen doch mal zum Kran wiegt, oder? Es ist ja ultra mega übel jetzt hier wieder! So, okay Jungs! Die nächste Achterbahn fertig! Werkstattmagazin fertig machen zu verladen! Obwohl das so ne schwierige Scheiße hier war, haben wir das doch noch gut hingekriegt!